Hallo und willkommen zurück hier bei Spiel mit Päcki zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir spielen die europäische Kampagne und befinden uns jetzt in Mission Nummer 3. Die haben wir frisch gestartet und ja, unser Auftrag versorgen die Städte Malmö, Göteborg und Jobköping mit mindestens 10% Lebensmittel. Die Versorgung gibt an, mit wie viel Prozent der jährlichen konsumierten Lebensmittel eine Stadt im Durchschnitt beliefert wurde. Ja, das können wir anzeigen, das kennen wir bereits. Liefere Stahl für den Export nach Malmö-Arbor. Bei Malmö der Hafen steht im Gegenzug importierte Lebensmittel zur Verfügung, die in die Städte geliefert werden können. Zur Produktion von Stahl wird Kohle und Eisnerz benötigt. Liefere die Rohstoffe nach Jobköping-Steel-Mill. So, gut, jetzt müssen wir uns da zuerst mal einen kleinen Überblick verschaffen. Wir haben, ja ist eigentlich interessant, aus Stahl macht man Lebensmittel. Ja, nicht schlecht. Ich weiss nicht, was das für Lebensmittel sind. Da scheint ein Eisenmangel hier Malmö zu sein, dass die da Lebensmittel mit Stahl kombinieren und das auch Essen verarbeiten. Je nachdem. Ja, ja, Eisenmangel scheint da ein Problem zu sein. Hier oben wäre die Eisenanlage. Jetzt, wo ist dann die Kohleanlage? Okay, hier unten. Stein wäre hier auch noch. Was brauchen wir? Stein, Stein brauchen wir da nicht. Was haben wir hier? Da haben wir mal mit Food Storage. Die brauchen aber Baumaterial. Genau, Baumaterial kriegen wir hier unten. Na, da brauchen wir Stein. Nein, aber das ist glaube ich noch nicht jetzt drin, oder? Versorge ich. Okay, konsumiere. Also nochmal die Lebensmittelprozente jährlich. Jawohl, liefere Stahl für den Export nach Malmö Harbour bei Malmö. Der Hafen steht im Gegenzug importierte Lebensmittel zur Verfügung. Ha, der, okay. Wenn wir Stahl liefern, stellt der Lebensmittel zur Verfügung nicht verarbeiten. Ja, müsst ihr genau lesen. Die in die Städte geliefert werden können. Zur Produktion von Stahl wird Kohle und Eisenherz benötigt. Jawohl, das wäre dann hier oben. Gut. Das würde mal soweit bedeuten, dass wir hier eine Zuglinie machen müssen. Stahl hierher. Und dann könnte man im gleichen Atemzug auch hier noch eine Linie einbauen. Und hier ein Geschlängle machen. Okay, also von mir bräuchte es da folgendes. Mal ein Bahnhof hierbei. Ja, genau. Einen Bahnhof, da nehmen wir mal drei Gleise. Ja, Oberleitung. Wo sind wir? 1914. Ja, wir machen mal Oberleitung. Die Länge. Die Länge lassen wir mal. Die Länge lassen wir mal so. Und verbinden. Muss da natürlich dann wieder rüberkommen. Das ist auch ein Thema. So, machen wir das mal. Wir sind zwar nicht im Schönbau, aber trotzdem vielleicht einigermassen ja, der Strasse entlang. So. Dann verbinden wir das Ganze auch. Nehmen wir gleich die grosse Strasse. Ne, nicht die grosse. Wir nehmen die kleine. Die hat auch Platz. Das ist gut. Und ja, super gemacht. Super gemacht. Wir brauchen natürlich nicht das hier. Jetzt haben wir wieder mal Geld umsonst aufgegeben. Weil wir brauchen das hier. Wir kennen das. Wir haben das ganz am Anfang immer falsch gemacht. So. Gut. So ist es korrekt. Wir brauchen ja die Güterbahnhöfe und nicht die Personen. Wobei Personen, das würde natürlich Geld geben. Könnte man sich dann überlegen. Was haben wir denn eigentlich hier für Medaillen beziehungsweise Ziele? Gut versorgt. Erreiche in weniger als sechs Jahren eine Versorgung mit Lebensmitteln. Also das hier innerhalb von sechs Jahren erreichen. Häufe trotz der schweren Zeiten ein Vermögen von 50 Millionen. Ui, okay. Hamster, Lager, Lagere vor dem Kriegsbeginn mindestens 500 Lebensmittel ein. Okay. Gerecht verteilt, trage Sorge, dass keine Städte eine Versorgung mit Lebensmitteln über 30 Prozent hat, während eine andere leer ausgeht. Okay. Und schwere Zeiten, lass die Versorgung mit Lebensmitteln während des Krieges nie unter 5 Prozent fallen. Also wir werden versuchen, dass die Städte alle gleichzeitig beliefert werden. Ob das zugtechnisch funktioniert, weiss ich nicht. Oder ob wir jetzt die ganze Zeit immer ein weiterer anschliessen müssen. Das gucken wir mal. Wir brauchen auf alle Fälle hier auch einen Bahnhof. Frage ist, kriegen wir den hier auch hier gebacken? Ja, da geht's schon. Ja, ja, ja. Hier oben hat, ja, er hätte noch Anschluss hier. Aber seht ihr schon, mein Problem, das extrem. Wo ist die Grenze? Vielleicht müsste man da einfach ein bisschen... Ja, hier würde es eigentlich sehr gut funktionieren. Wir brauchen aber nur einen hier. Ja. Kollision, ein bisschen weiter rein. So würde es eigentlich funktionieren. Machen wir auch so. Haben wir Güter? Jawohl, haben wir. Diese Linie, die verbinden wir jetzt auch gleich mal. Wir haben mit Oberleitungen. Jawohl. Und setzen das jetzt gleich mal hier hin. Jetzt gucken wir, ob wir da auch gut rüberkommen. Ist nicht ein Riesentempo, ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Eine Linie hätten wir. Eine weitere Linie machen wir nun nach hier zu der Kohle. Da nehmen wir ebenfalls... Ja, da können wir überall einen Sack Güterbahnhof nehmen. Jetzt gucken wir auch, dass wir so weit wie möglich weg können hier. Und dass wir auch einigermassen günstig bauen können. Hier hat es eine Stelle gehabt. Oder jetzt muss ich gucken, dass ich da aber immer noch Anschluss habe. 112. Ja, ja. Hier. Da haben wir noch einen Anschluss ans Kohlewerk. Jetzt da gibt es eine Brücke. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Brücke brauchen wir da nicht. Ja, da macht er wieder eine Brücke. Da könnte man eventuell... Na, wir lassen es gerade so. Da gehen wir dann rauf. und da gehen wir doch gleich quer durch, weil jetzt kommt ja dann noch ein Anschluss. Ja, ja. Da nur auf dem Boden bleiben da. So, ja. Das sieht nicht so toll aus. Da muss er jetzt schon... Ja, da gibt es halt eine spezielle Art von Strasse dann. Wie gesagt, es ist ja nicht sehr tragisch, wenn das hier nicht so schön aussieht. Es ist Kampagne und nicht Schönbau, was wir hier betreiben. Nein, das können wir günstiger machen, indem wir kleinere Abschnitte verwenden. Ja, und ja. Gut. Sieht ein bisschen eckig aus und hügelig das Ganze. Aber das ist nicht so schlimm. Dann, um Lebensmittel zu generieren. Jetzt ist es halt noch so, die Lebensmittel müssen dann von hier auch nach Göteburg und nach Jupp Köpping. Oh, das wird auch eine Herausforderung. Aber wir könnten... Ne, das mit... Hm, ich weiss da nicht. Das finde ich jetzt nicht gerade so gut. Wenn wir hier einen Hafen machen, nach hier rüber, das geht ewig lange. Ist aber sehr kostengünstig natürlich. Hier, ein Bahnhof. Hier brauchen wir eigentlich nichts. Da können wir das Ganze... Oh, jetzt mal... Jetzt muss ich aber ganz kurz warten. Jetzt sehe ich da noch ein Fragezeichen. Gerüchten zufolge soll ein deutsches U-Boot einen schwedischen Schoner mit gar kostbarer Fracht versenkt haben. 5000 Flaschen Champagner, 67 Fässer Cognac und 17 Fässer Wein sollen an Bord gelagert worden sein. Ein Glückspilz wird diesen Schatz hebt. Die Dame vom Hafen soll mehr wissen. Oha, okay, also wieder mal ein Suchspiel hier. Die Dame vom Hafen. Na, hier ist die Dame vom Hafen. Die Dame vom Hafen meint, sie könne uns weiter helfen. Neulich sei eine Flaschenpost am Kai angeschwemmt worden. Sie hat uns den Zettel ausgehändigt. Da steht in krakeliger Schrift Wir X sinken. Schiff ist jetzt lest er das Ganze noch vor. Auch nicht dass ihr X den guten Stoff ja nicht verkommen lasst. Guckt X an der Küste im Osten. Ja. Hier habe ich einen weiteren gefunden. Hier irgendwo muss es sein. Schicken wir ein Boot los, um die Fundstelle zu orten und diesen wertvollen Kahn zu bergen. Okay. Schicken wir hinten irgendwo also befindet sich dieser Schatz muss ich da wirklich ein Boot senden oder nicht? Kann ich da nicht etwas suchen anwählen? Ne wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir hier ein Boot los senden ich weiss nicht ob es das bringt Suche den Schatz unter der Wasseroberfläche aber ein Boot los senden ich habe keine Ahnung was hat Ah hier ist es Okay Was hat uns das gebracht Juhu Okay und Ah eine Million Okay Immerhin können wir sicherlich gebrauchen Also machen wir hier weiter wir benötigen hier einen Bahnhof machen wir auch gleich einen Sack Bahnhof dass wir auch sicher Ah da haben wir jetzt wieder mit Ah Jaja der ist jetzt ein bisschen vergraben hier unten Hier er hätte immer noch Platz aber wirklich gut sieht es dann nicht aus wenn wir es gibt auch einen riesen Krater hier drin das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so und wenn wir hier hinsetzen wir haben einfach ein Terra Problem hier scheint das Ganze zu tief zu sein doch das Terra einfach nicht möglich da müssen wir uns etwas ah ok das könnte vielleicht funktionieren ich nehme da mal kurz der weiteste Punkt hier nach oben so und jetzt wenn wir da eines hinsetzen haben wir immer noch ein Terra Problem vielleicht aber so machen wir da aber drei Eingänge oder zwei drei machen wir mal drei und jetzt schauen wir mal ob wir da noch eine Verbindung hinkriegen ja das kriegen wir haben wir aber auch den Anschluss haben wir ebenfalls gut was wir auch schon machen können ist hier für die Leute die dann intern Brot brauchen also hier gerade bei Malmö da müssen wir dann auch gucken wo wir den hier hinsetzen anhand der Landnutzung Brot oder Lebensmittel brauchen die Einkäufer also das heisst der blaue Bereich hier der blaue Bereich müsste man eigentlich gut abdecken können indem wir irgendwo hier der bringt da nicht sehr viel aber dass wir trotzdem irgendwo hier in der Nähe etwas hinsetzen können vielleicht auch hier müssen wir mal schauen dann so weit machen wir das Ganze jetzt noch nicht denn wir müssen zuerst noch die Schienen verlegen von der erste oder der mittlere jetzt eine gute frage denn der eine geht ja dann noch ganz hinten dann würde ich jetzt hier vorschlagen wir nehmen die mittlere spur jetzt macht ein tunnel ja hätte man sich fast auch denken können dass es hier ein tunnel gibt ja er macht gleich einen tunnel aber es ist günstiger ein tunnel interessant interessant ja gut dann lassen wir das ganze mal mit einem tunnel gut es dann wirklich aussieht keine ahnung und der kann eigentlich nach oben gehen weil der geht dann hier hinten durch so das machen wir jetzt mal so sieht interessant aus diese konstellation wir gehen aber weiter hier klappt das ja das klappt sehr wohl dann kann auch der raus und das klappt ebenfalls gut der äussere mache jetzt da nicht weiter wir bleiben mal beim mittleren teil hier weil der kriegt jetzt Anschluss zum Brot ja so machen wir das der andere ja jetzt haben wir eine steigung problem weil eben ja das kappen wir mal schnell hier das können wir nachher wieder machen das ist eigentlich kein problem hoffe ich jetzt mal sehen wir jetzt gleich ja kein problem ja da haben wir tatsächlich ein kleines problem das können wir aber ganz sicherlich auch wieder lösen ja und ist das thema erledigt und der übergang sieht auch ein bisschen schöner aus ja hier sicherlich besser als hier mit diesem riesen absatz gut das sollte uns nicht stören wir müssen hier an der schiene entlang hier richtung brot äh richtung stahl so du holst das ganze ab alles ist nur eingleisig hier da da müssen wir uns dann noch gucken ob wir da dann wirklich auch zweigleisig fahren das können wir vielleicht auch schon mal machen aber da müssen wir eine kreuzung hin bauen weil der geht ja dann hier hinten durch wenn ich das schon mal so mache blockiert der nein er blockiert mir nicht guck da mal dass ich hier so nah wie möglich ran kann bis jetzt hierhin geht es noch sehr gut und hier eigentlich auch ja da gibt es halt jetzt diese kreuzung da leider aber hier kann ich wieder andocken und jetzt muss ich dann nach hier hinten wo setze ich jetzt den Bahnhof geschickt hin da müsste man hier eigentlich etwas abreissen denke das können wir auch müsste im budget vorgesehen sein ein auswert entfernt ja ist halt dann so und wir verbinden eine kleine strasse genügt hier und ja wir haben fast alle drin sehr gut dann können wir auch hier die schiene nehmen und müssen wir da wieder gucken wo wir eigentlich hin müssen irgendwie so ja das kann man hier vertreten gehen wir weiter jetzt müssen wir da wieder in kleinen abschnitten arbeiten das ist nicht allzu teuer wird das ganze und wo bist du jetzt nicht so ein doof schlenker reinmachen das haben wir jetzt gerade aber gemacht ich muss da schlau rauskommen jetzt ja nein so geht es leider nicht gut kein thema das eliminieren wir da kurz dann machen wir einen anderen bahnübergang ganz klar so auch teuer aber nicht so schlimm können wir auch vertreten so was machen wir hier ja machen wir so passt doch auch sieht nicht toll aus hier hinten aber ihr werdet auch nicht Auto gefahren oder Lkw wir brauchen Züge so also dann hätten wir auch diese Verbindung nach Göteborg und jetzt fehlt noch die Jung Jöp Köpping da brauchen wir auch noch einer wo setzen wir dich denn schlauer oder gescheiter massen hin dass wir so viel wie möglich von euch mitnehmen können wenn ich hier rangehe das wäre natürlich eine option das könnte man auch einigermassen vertreten da oder nicht hier oben sind wir zu weit entfernt und hier genau hinein würde ich jetzt auch nicht machen also ich würde hier vielleicht bleiben und dann nehmen wir hier auch zwei Gebäude werden entfernt nee 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 eines reicht nein muss reichen bis auf ein paar häuschen kriegen wir es nicht aber ist auch nicht so schlimm jetzt muss ich mal schauen da bin ich noch nicht weit gekommen aber da können wir quer durch also ach jetzt kommt der noch mit einem muss das sein kriegen wir da eine günstige hin nee kriegen wir nicht aufschütten zu teuer Brücke okay naja gut dann machen wir halt eine Brücke na da müssen wir wieder in kleinen Schritten arbeiten gut wie möglich versuchen nicht auf die Höhen zu gehen das wäre vielleicht hier noch interessant das hier zu benutzen mache ich eigentlich auch viel zu wenig hat aber auch viele Vorteile wenn man es einsetzt hier jetzt zum Beispiel nicht hier gibt es ein Tunnel weil da müsste ich ja irgendwie hier rum also da verliere ich halt wieder am Tempo wenn ich da irgendwann mal ein Kollege kriege eine Dampflok die dann eben das hier erreicht wäre das natürlich dann schade wenn wir dann nicht diese 120 sage ich mal erreichen können ja das klappt sehr gut hier noch andocken passt dann kann ich den wieder rausnehmen jetzt müsste man eigentlich alle verbunden haben soweit also alle sind mal am Netz und wir haben noch 10 Millionen jetzt kommt es darauf an wie viele Züge brauchen wir auch ja also gut dann alles ist wirklich verbunden ja die Signale die kommen natürlich vor allem hier hier muss ein Signal herankommen das machen wir auch noch gerade dann ist das auch gemacht dass es hier nicht knallt die anderen haben keinen Übergang nur der hier wir machen aber auch da die Doppelkreuzung obwohl es nichts bringt aber sieht aber auch nicht schön aus hier okay muss es auch nicht eben wie gesagt es ist ja auch nicht schön Bau hier sondern wir müssen das Ganze ja einfach die Missionen hinkriegen gut wo bauen wir denn unser Depot hin ein Depot wäre vielleicht gut hier weiss nicht wo wir hier ein Depot machen sollen dann hätten wir zwar die Brot Lieferung und wir hätten die beiden anderen Städte am Netz gleichzeitig könnte man aber auch diese beiden los denn weil die müssen ja auch hierhin hätten aber keine Verbindung hier dann würde es vielleicht wieder Sinn machen wenn wir auch hier ein Depot hinsetzen wenn wir hier noch ein Depot hinsetzen dann können wir in Gegenrichtung halt aber das macht ja nicht viel nehmen wir dich hier oh ja jetzt wir da wieder schauen dass wir da machen wir das so hin und verbinden dich auch gleich und zwar einmal gehen wir doch gerade ganz durch so und anders mal noch hier hinein jetzt ein Steigungsproblem hätte das gedacht oh da gab es zwar nein gab es nicht das ist jetzt schade er ist auch extrem hier das ist korrekt das ist korrekt aber jetzt auch irgendwie ein bisschen schade dass wir das jetzt nicht hinkriegen ja das ist jetzt wirklich schade wenn wir jetzt das ganze Depot noch ein bisschen weiter nach hinten setzen ja ich verliere ein bisschen Geld das ist ja leider so aber wir brauchen einfach diesen Platz hier so jetzt nochmals hier andocken für hier hin und jetzt passt es nämlich auch oder ja jetzt kommen wir rein gut dann können wir hier noch den hier setzen gut und hier noch das Depot für ja da wird es jetzt wieder schwierig hier können wir eigentlich beide hinsetzen aber wir brauchen noch einen Zug ja da setzen wir einfach noch ein Depot hin ich weiss nicht was die im unterhalt kosten ich hoffe nicht allzu viel aber das kriegen wir hier schon hin so und dann hier hinein dann passt das noch schnell gut also ich würde sagen wir haben schon mal einiges erstellt errichtet und ja in der nächsten Folge werden wir dann die Züge kaufen die Linie herstellen und dann mal versuchen die Produktionen zu starten so dann bedanke ich mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch spass gemacht hier mal die Grundsteine zu legen und ja ich hoffe ihr schaut auch beim nächsten mal wieder mit hinein ich verabschiede mich und ich sage bye 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 Bis zum nächsten Mal.